Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stellwerk Sim und wir sind gerade in Baden-Baden und ich bin jetzt schon richtig wütend, weil die Fernstrecke ist gesperrt. Und zwar wegen starker Hitze. Können wir mal kurz festhalten, dass das absolut scheiße ist und ich gerade keinen Plan davon habe, wie irgendwas hier gerade funktioniert, weil man sich erstmal hier zurechtfinden muss in dieser Hölle. Wir werden erstmal alle Auto-SFS. So. Hier ist gesperrt. Scheiße, da kommt der erste Zug. Oh ne. Ja, wie sollen wir dich denn leiten, bitteschön. Strafburg, oh nein. Kütterzüge. Offenburg. Okay, die Fernbahn ist jetzt doch nicht gesperrt anscheinend, aber wir müssen die Züge von hier runter nehmen, um sie dann da einzusetzen. Boah, ey. Ich weiß jetzt schon, dass es die Hölle wird. Also, ach du Scheiße. Ich weiß jetzt. Vielen Dank. Da kommt noch ein so direkt, ich glaube es nicht. Oh nein. Ach zum Glück, die BÜ sind automatisch. Das heißt, du musst ja eigentlich hier lang. Das heißt ja eigentlich, du musst hier lang. Gegengleis-Fahrt über Gleis 32. Oh nein. Oh nee. RAPP 502. Was willst du von mir? 509. Ach da. Boah, ich glaube es nicht. Und dann will er übers Gegengleis nach Straßburg. Äh. Wieso? Ist dieses Gleis gesperrt oder was? Nee. Ach nö. Ich muss hier erstmal durchblicken. Ja stimmt, RASCH hat das ja aufgesetzt. Wegen zu viel Hitze, es sind einige Weichen. Hm. Egal, ey. Das ist ein Güterzug und auf der Reihe. Fernbahn, ey. Boah. Sollst du überhaupt da halten? Nö. Aber du kommst halt nur gar da. Oh Mensch, Leute. Nach ICE 508? Was? Fähst du von mir? Boah, ich glaube es nicht. RAPP 509. Ach da. Ach du bist eine Ortenau, S-Bahn. Ich dachte schon, es ist eine Ortenau. Ach so. Boah, ey. Ich bin auch... Ach. Tja. Dummheit war das. Oh nein. Ich sehe es jetzt schon, komm. Oh nein. Allein das hier stört so sehr, dass hier gesperrt ist. Oder hier, dass die Kettizügel so schön durchfahren lassen können. Nein, wir müssen gesperrt sein. Übergabe, was? Gucken, suchen, gucken, suchen, suchen, gucken, wo? Boah, ich konnte es jetzt. Die Weichen kannst du aber stellen, ne? Blöder. Annehmen. Du musst über Gleis 307. Was, Senka, geht ja? 403 Zufolge. Was willst du von mir, Alter? Und danach gleich... Bist du hier... Dann willst du hier drehen, danach hier oben und dann willst du hier rein. Ey, das wird so schlimm. Boah, ey. Ich ahne mir jetzt schon so böse Sachen. Immer irgendwelche Störungen. Das ist grausam einfach. Vor allem die ganzen Züge, so viele Güterzüge haben wir hier. Ich hab jetzt schon Kopfschmerzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Aufgrund zwischen Appenweier und Abzeugwünschlich ist die Fernbahn voll gesperrt. Zöger werden über die Rheintalbahn. Heißt du musst hier rüber oder was? Ach nö. Da stellt er auch nicht. Faszinierend. Ja, dann fährst du halt doch hier lang, wenn das geht. Ups. Ups, mein Fehler. Stell doch, die Fahrstraße. Ach nö. Ups, wo willst du denn jetzt... Ups, was, was, was? Also du willst nicht über die Fernbahn oder was? Du willst über die normale Strecke. Ja, so sieht's aus zumindestens. Nö. Naja. Warum willst du jetzt nicht doch? Schade, Raststadt ist gerade gegangen. Dann willst du über 502, 401 und dann einfach immer weiter. Dann über 502, irgendwann, ja, stellen wir erst mal bis dahin durch, reicht ja erstmal. Das gucken wir mal nach dir, du stehst da. Du willst dann übers Gegengleis. Warum auch immer. Dann auf Gleis 4. Das ist so dämlich, wisst ihr das. Ja, Raststadt ist gerade gegangen. Schade. 307. Wo ist das jetzt? Da ist das, das ist da. Und dann über Gleis 403. 3. Raststadt, Südfernbahn. Dann 506, wechseln nach 507. Ich kann dich ja halt nicht nach Offenburg fähren schicken, du Depp. Bist du ja ein Geier. Dann über 405 und 504. Ja, passt schon. Was kommt da jetzt aus Offenburg? Wer steht jetzt vor Halt hier? Ich kriege gerade so schwere Rückenschmerzen hiervon. Und das ergibt nicht mal Sinn, Rückenschmerzen. Oh mein Gott, ey. Das macht mich gerade fertig. Das macht mich gerade so fertig. Ich mag Güterzüge nicht. Ich versuche eigentlich immer Stellwerke zu kriegen, wo ich keine Güterzüge habe. Aber manchmal geht es einfach nicht anders. Da kommt direkt der Nächste. Ich glaube es nicht. Warum klingt mir mir sowas an? Leute. Hilfe. Hilfe. Ich bin nur noch ein kleines Kind. Spaß, ich bin 17. Trotzdem. Mord. Das ist Mord, was hier gerade geschieht. Sowas ist so unrealistisch. Okay, eigentlich ist es realistisch, aber in der aktuellen Zeit so viele Gleichsperrungen Bauarbeiten hier zu haben. Aber um Himmels Willen. Aber dass wir... Und da istOT im Eckart, den wir einfach mal fragen. Aber da habe ich mir auch mal l �itere. Und da war so viel. Aber da war's, dass wir jetzt ein Elvis Thor. Und da war so schlecht, wenn die Zeit nicht ausgerichte. Und da war so viel. Aber das ist jetzt über der Tatier. Und da war so viel mehr. Bravo. Aber da goingisiens doch damit vor! Und da war. Aber so, wenn du an были Ihren begins united, elevate der Tatoo. Vielen Dank. 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 der ruhe die ruhe ist mit mir ich bin eins mit der macht und die macht ist mit mir zitate ich glaube das ist die ortenau es war amsterdam central du hast doch nichts wesseres zu tun ich war mal in amsterdam in diesem spiel das war die hölle hölle war das so die beiden güterzüge da und wollte eigentlich auch mal irgendwann fahren oder so auch direkt hinterher kurz auch direkt hinterher noch läuft als eigentlich noch hatte ich damals selbst unterwegs war war da nicht so viel los also beziehungsweise sind mir kein güterzug entgegen kommen und ich war relativ früh unterwegs da war nicht so viel los also glaubt mir das irritiert mich gerade deshalb ein bisschen nein da kommt was von straßburg ne rb schluck schluck die schluck 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 ja ist das kork durchfahren kork 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 ne rb viele züge so 503 wer jetzt gleich nur soll 503 aber auch interessant die ein güter zu gefahren über die fernbahn die anderen fahren über die keine ahnung wie die strecke als rheintalbahn wahrscheinlich vermute ich jetzt mal so hat stellwerk basel sbb betreten das quer auch vielleicht mal ein stellwerk was machen könnte güterzug steht vor halt zeigen also da sorry habe ich vergessen bin ein bisschen gestresst gerade okay nicht gestresst es geht ein bisschen mehr los vor allem halt an güterverkehr aber ich will jetzt können wir öffnen bü zu kein zukunft bü geht auf kein zukunft geil ich bin so alleine der erste re 95 948 95 948 wenn er offenbar fern darfst du aber nicht muss auf die reintalbahn ich war bisher nur einmal in offenbung war das zweimal der gut einmal hin und einmal zurückhaltend aber diese störung machen wir so akku gerade weichen die sich nicht stellen können und strecken die gesperrt sind ich glaube es nicht titel der folge sperrungen bahn bahn sperrungen bahn bahn bin ja noch schon lange an dem ende der ich kann euch aufhören ja es macht ja eigentlich spaß grundsätzlich aber gute sache mal ich will herausforderung aber wieso stehst du schon wieder vor halt was wollt ihr alle von mir ja sorry noch ein zug noch ein güterzug 507 durchstellen so aber auch nur hier oben sind tatsächlich die hitzeanfälle daher 450 20 will nach rastatt kannst du direkt durchfahren ja und ich glaube mit dieser letzten kleinen stellung der fahrstraße wenden wir hier das video an dieser stelle ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen ich hoffe es hat euch nicht gefallen mir hat es gefallen das gerne ein dislike und kein abo da und vergesst die glocke zu aktivieren ich wünsche euch noch einen schönen tag und bis dahin sage ich ciao ciao euer dorian haut rein bai 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 bai